Peace, hallo, was geht ab? Ich bin's Leo und Leute, wir werden heute den Game Master anschreiben und fragen, wo er Luz hingebracht hat, weil wir hatten ja in den letzten Folgen die Challenges gemacht gehabt und ja, er hat ja gesagt, ich soll drei Challenges machen, um Luz wieder zu kriegen und das haben wir ja getan. Leute, ich hab keine Ahnung, ich schreibe mir jetzt auf jeden Fall an, gibt einen fetten Daumen nach oben und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen, dann würde ich sagen, schreiben wir dir gerne was jetzt an, let's go. Okay Leute, wir schreiben mir jetzt den Game Master, wir blenden euch jetzt den Bildschirmaufnahme hier ein, let's go. Okay, Bildschirmaufnahme läuft jetzt, wir schreiben ihn, wo ist Luz? Fragezeichen, wo ist Luz? Oh, er schreibt. Oh, er schreibt. Das wäre jetzt den Keller. Boah. Hä? Wie im Keller. Wie im Keller. Hä? Wie denn im Keller? Wie ist der denn ins Haus gekommen? Hörnen? già? Aber der ist alles im Keller. Du sitzt im Keller, hä? Hy Kemmermann. Wie ist das aus? Warte mal. Du bist das aus? Hörner. ... ... ... ... ... Was soll ich denn schreiben? Du kannst nicht was was. ... 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 Er hat's gelesen. ... ... ... ... Was ist das? Hähn, so hart. Ehh? Nein, hahaha. Uwo. Oh, ey, das Schreiber eigentlich von gerade eben. Ey, der muss hier nach hinten sein. Wenn wir jetzt schreiben... Ach, so ein Scheiß. Ich... Das... Pust und... Kellerpust... Ich glaub' ihm das nicht. Ich hab's... Doch, geh doch mal gucken. Leute, sollen wir jetzt wirklich in den Keller gehen? Okay. 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 Wir schreiben jetzt, okay. Dann würde ich sagen... Gehen wir jetzt in den Keller, Leute. Aber wartet mal. Ich glaub' ihm das nicht. Der ist doch safe dahin. Ich glaub' ihm das nicht. Das ist ja gar geschehen. Hä? Der ist hier nicht. Junge. Ey, okay, komm Leute, wir gehen jetzt in den Keller. Okay, Leute, wir gehen jetzt in den Keller. Ich glaub' ehrlich gesagt, dass er gern was gelogen hat. Ich bin mir aber nicht sicher. Deshalb schreibt jetzt mal in die Keller. Okay, Leute. Junge, wir haben fast auf die Fasse geflogen. Okay, Leute. Um jetzt hier zuhafen. Warte. Ist hier wirklich... Ist doch du Seltestand. Okay, Leute. Ich auch mehr. Leute. So creepy hier. Alles. Okay, Leute. Ich geh jetzt hier nicht noch. Ich weiß nichts. Oh mein Gott. Ist so creepy. Wie geht's in den Maschraben, Leute? Alter. Oh, Sonne scheint. Yes, Leute. Das ist blöd. Ich bin leicht erkältet. Junge. Wieso bewegt sich das? Ey, Leute. Ich hab so Angst, Mann. Du kleiner Hund. Hier ist niemand. Leute. Zwei Geister kommunizieren. Boah. Stellt euch das mal vor, Junge. Ey, das waren diese Dinger. War das das hier? Ey, das war dasselbe Geräusch, Mann. Leute. Stellt euch mal vor. Von dort ganz vorne kommt so ein Jumpscare, ey. Stellt euch das mal vor. Ey. Ich hab so Schiss. Sonne. Oh, Leute. Das ist so creepy. Aber stell dir das mal vor. Und dort kommt so ein Jumpscare, ey. Boah, das wäre so richtig gruselig. Ja, boah. Aber wo willst du sein? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh. Habt ihr es gehört? Leute. Leute, wir verstecken uns jetzt hier. Wir verstecken uns. Sie sind einfach schrumpelt. Wir verstecken uns. Kommt. Kommt. Leute, wir müssen Louis retten. Wir müssen Louis retten. Gebt einen fetten Daumen nach oben. Ey, wir gehen jetzt einfach raus. Kommt. Bis gleich, ey. Ich hab so Schiss. Ist der wieder? Ey. Junge, was läuft da? Alter. Junge. Junge. Woah, woah. Tschüss. Leute. So creepy. Oh mein Gott. Ey. Zu krass, Mann. Woah. Louis. Was passiert? Ey. Louis, Junge. Was passiert? Was wird in der Hand? Ey. Wo warst du? Das war hier eingesperrt. Alter. Was passiert hier? Ja, ich hab das nur noch schreien gehört. Ich hab gepennt. Da hab ich das schreien gehört und dann warst du weg. Ich hab die ganze Wohnung abgesucht. Da hab ich dir ein Game Master geschrieben gehabt, der hat der mir ein Foto geschickt von dir. Ey. Zum Glück hab ich das jetzt wieder. Ey. Ich hab dir eben die ganze Zeit zu Geräusche gehört. So ein Band hat die ganze Zeit so an der Decke geknallt. Oh. Jetzt sind wir hier eingesperrt. Leute. Leute. Seht ihr was? Seht ihr? Stell dir mal vor, da ist jetzt irgendein Monster. Seht ihr was? Ich hab versucht wegzuhauen. Wie denn? Weil sie sind in jedem Raum eingesperrt. Lasst lieber hierbleiben, oder? Ich weiß nicht. Aber dann lass einfach versuchen wegzuhauen. Das macht den Gänners das auch. Pst. 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 Boah. Spin, jetzt an der Kamera, Alter. Ey lass einfach durchschauen, ok? Geht's dir gut? Jaa. Okay, warte. Warte, warte. Das kommt mich schon lange. Wie hier jetzt los? 3, 2, 1,ach. Komm schnell, schnell, schnell. Schlell. 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 Untertitelung. BR 2018